Hallo und willkommen zu den Sport- und Spiel-Tipps der Sportjumdreiland. Heute habe ich mit etwas zum Thema Sportabzeichen vor euch. Und zwar, wie eure Leistung beim Standweitsprung verbessert wird. Kommen wir zur Ausrunde. Hier ist es wichtig, dass ihr ein leichtes Vorneiden habt. Das hilft dabei, dass ihr nach vorne und nicht nach oben springt. Dazu solltet ihr Knie- und Hüftwinkel ca. 90 Grad haben. Kommen wir zur Verbesserung der Absprungphase. Hier ist wichtig, dass die Teilbewegung zwischen Arm- und Beinstreckung gekoppelt ist. Generell ist beim Absprung der Körper komplett gesteilt. Kommen wir zur Verbesserung der Fluch- und Landephase. Hier ist es wichtig, dass ihr die Arme mit nach vorne legt. Denn das hilft dabei, nicht nach hinten zu fallen. Generell könnt ihr die Landephase separat einfach mal üben. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Görür, dass ihr gostetik.